Naja, aber so ein, ähm, anderer Typie, bei dem du verkaufen kannst. Arm Dealer. Nee. Sondern der, ähm, Demolitionist-Typie. Du mal hier mit dir die Zeug. Oder? Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ich kann jetzt übrigens auch schwimmen. Cool. Hast du schon gegeben? Ja. Komm, rin hier, Dani. Rin hier. Ja, ja. Ich will wissen, ob du was craften kannst. Wie viel Barren hast du im Moment? Hm, 32. Ja, dann kannst du wahrscheinlich mit 35 oder sowas machen. Ja, bestimmt. Hier. Mach mal. Go, go. Und sag mir, wenn du kannst. Und? Und, äh, ja, ich kann Waffenkräften. Ich kann mir einen Hammer und Axt in einem machen. Mit, Meteor, Hamm, Ax. Ich kann mir die Rüstung machen. Und das war's. Rüstung. Das war's. Du kannst, du kannst, was, was macht Meteor, Hamm, Ax? Das ist Axt und Hammer in einem. Ja, klar. Das ist ganz cool, weil ich hab von beiden noch... Wie viel Schaden macht das Ding? 20. Ja, dann ist es genauso gut wie, ähm... Wie das, äh, Ding aus Hellstorm. Du kannst dir keine andere Waffe machen. Wundert mich jetzt aber echt. Du Held machst da Stacheln hin. Ich will auch ein cooles Set. Ja, ich hab noch 15 Meteoritenbar. Ja, gib mal her. Daraus kann man aber nichts machen, außer ein Meteor-Shot. Und was das bringt. So, ich würde mal sagen, lass gehen. Also, zu unserem anderen, äh... Oder zu dieser, äh... Wer ist das? Corruption, ne? Jo. Meteor. Meteor-Shot kann ich ja gar nicht benutzen. Lol, wieso nicht? Weiß ich nicht. Okay. Ist vielleicht für Bogen? Ach so, ist für Waffe. Für Moskete und so. Ich dachte, du hast es für Moskete probiert. Weil das wäre jetzt das, was mir am logischsten erschienen wäre. Ne, ich hab probiert, das einfach so zu werfen. Was zur Hölle. Ja, echt, das ist ein Ding. Als ob. Ist hier irgendwo ein Arms-Dealer? Nein, toll. Ne, wir brauchen noch 50 Gold dafür, um was anständiges machen zu können. Da müsste man schon für dieses, äh, Höllenstein-Ding ins Verkaufen können. Ja, gucken. Diese Schnellfeuerwaffe wäre schon geil. Ja, ich kann 14 Meteoriv-Bars auch nur für 1 Gold verkaufen, das ist kacke. Hellstone-Bar bringen 11 Stück, 4 Gold. Das ist schon besser. Hellstone-Bars aber. Ja, was ist mit Hellstone? Äh, Or, also dem, äh... No value, no value, also da kann man, das bringt nichts. Was für ein Müll? Hat jemand von euch drei Sterne? Uh, uh. Ich hätte... Ich hab ein paar in die Küste gelegt. Ah ja, okay. Eigentlich. Kommt zurück zur Basis. Ich komme. Wieso wollt ihr denn jetzt noch recht? Ich dachte, wir wollten in den, äh, Dungeon. Jungle. Jungle? Corruption. Weil wir nicht diesen Jungle finden unter der Corruption. Achso. Ja, oder mit Inbar-Equipment halt nach links in den Dungeon. Ja, ich dachte, der Dungeon wäre dann das Letzte, was wir machen, oder? Ja, müssen wir wohl, weil sonst kommen wir da nicht durch, sonst sind wir auch am Dauersterben, das wäre kacke. Hm. Das ist auch jetzt noch extrem schwer. Dann müssen wir uns trotzdem besseres Equipment machen, weil... Jo. Äh, da machen wir irgendwann offscreen noch ein paar mehr Hellstone-Dingens-Moments. Ja. Das würden wir grad nicht aufnehmen. Weil Jungle bringt nur hier Ivy, Whip und das fast. Das müssten wir für uns alle drei. Dann gucken wir viel wir von was brauchen. Weil da gibt es irgendwie, äh, bestimmtes Gras oder Dorn oder so, muss man da erfahren. Okay. Mehr weiß ich auch nicht. Ich könnte noch ein Auge beschwören. Naja, das bringt, glaube ich, nicht sonderlich viel. Da werden aber gegen genug Augen gekämpft, ja. Ja, stimmt. Wow, ein Stern war in der Truhe. Tani, wo bleibst du? Ich bin fasziniert. Ja, ich könnte... Schon mal eine andere Truhe, ich glaube, da ist dann mehr. Wumm. Nee, in der anderen war nichts. Dann keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall nirgene Truhe drei oder vier Sterne geleckt. Glaube ich noch. Wo sind Clemy? Tod. Ich bin übrigens wieder in unserem Haus. Ja, ich auch. Dann weiß ich, dass ich nicht mehr weiter... Schlimm, dieser Weg. Kann man hier nicht irgendwie so eine Art Mindcard erstellen oder so? Das wäre witzig. Und Zug? Nee. Das war ja schon nichts mit dem Aufzug. So, wir müssen unter die Corruption. Äh, wie wäre es mit Geld sparen für eine bessere Waffe? Welche Waffe denn? Für den Minishark. Der bringt 50 Gold. Ja, aber das bringt wirklich nur was mit dem Meteor-Short, weil das die Maske zu bringen einfach zu wenig. Die machen sieben Damage und die machen neun Damage. Ja, das ist klar. Du hast mir noch gesagt, die Waffe wäre kacke. Aber okay, von mir aus kann man ganz sparen. Ja, aber mit normalem ist das kacke. Und so, wir müssen jetzt ganz viel Geld. Ich lege da mal die ganzen Sachen in die Truhe, auch das Meteoritenzeug. Okay. Wollen wir damals noch mal so extrem viel Geld bekommen? Hier liegt schon 8 Gold drin. Okay. Ja, warum haben wir damals so viel Geld bekommen nochmal? Weiß ich nicht. Durch Blutmon oder so oder Goblin. Ich glaube, das war dieser Dungeon da, oder? Und dieses fette, hässliche Viech da. Ja, aber Goblin hier, Invasion. Ja, Goblin auch. Ich bin bei der Corruption, ich warte hier mal auf euch. Kommt ihr? Ja, ich komme. Ich bin gleich da. Und einfach direkt unter der Corruption suchen. Okay, dann graben wir uns einfach runter. Weil wir bundeln uns einfach mal hier nach unten. Ja, klar. Das muss in einer bestimmten Höhe sein. Ja, graben wir uns doch einfach hier runter. Ja, deshalb haben wir jetzt dieses Item. Ich dachte, ihr habt das gecraftet. Haben wir nicht. Wann sollen wir das dann gecraftet haben? Ja, müssen wir mal schauen, wenn wir das Erz haben. Ich habe Silber, Gold und Kupfer. Ich bräuchte vielleicht noch Eisen. Von allen drei oder vier Sachen braucht man das. Ja, eben nachgucken. Clemy, geh mal kurz in die blaue Party und mach PvP an, bitte. Wieso? Ich will was probieren. Das ist nicht cool. Wenn ich jetzt sterbe, dann... Musst du wieder baufen, ja, hast recht. Ja, dann komme ich da ganz drüben raus. Ich habe nämlich ganz vergessen, meinen Spawnpoint zu setzen. Solltest du dann vielleicht machen. Ja, ich laufe nochmal zurück. Und wir fangen dann schon mal an zu suchen. Du wirst uns schon finden. Oh, nein, okay, dann sterbe ich lieber. Oder nee? Du bist leicht unentschlossen. Ja, ich bin immer unentschlossen. Immer? So, so. Ja, ja. Donnie! Wohinhalb wollte ich nochmal suchen? Nach dem tiefen Dingens, ne? Ja. Ich buddel mich so lange einfach mal runter im ersten Loch. Ihr werdet das ja dann sehen. Okay. Erstes Loch der Corruption. Ich bin hoffentlich nicht mehr weit entfernt von der Basis, wenn ich meinen Spawnpoint wieder umsetzen kann. Ähm, 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 ähm. 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 Ähm, ähm. Äh? Spawnpoint-Set, geil. Zehn Copper-Bars, acht Silber-Bars und sechs Gold-Bars. Okay, dann fehlt mir jetzt noch. Ja, äh, acht Copper. Zehn Copper-Bars fehlen mir. Haben wir nicht total viel Copper oder haben wir das alles weggeschmissen? Alles weggeschmissen. Gut. Ja, ich hab ja aber schon eine Kupfer-Ader, die ich grad abbaue. Ja, okay, Kupfer-Gibs unter der Erde wirklich wie heu. Wie? Ich bin ja nämlich gerade in der Kupfer. Die Gras in der Kupfer. Die Gras im Garten ist auch eine gute Rede, wenn dann. Kommt ihr? Was ist, wenn es ein Kindergarten ist? Ja, dann, dann, dann gibt's. Kommt drauf an, äh, welche Kinder. Ähm. Weil ich nicht sagen will, dass man im Kindergarten Gras nimmt. Naja, geworst. Ja, 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 Tom. So viele, so viele Pädophile im Kindergarten. Oder so. Hm, so ne Art. Ganz so Schleime können wir gar nichts mehr. Kommt ihr? Nein, Pinky. Ja, ich bin 300 Meter noch entfernt. Ach, ist das anstrengend, die ganze Zeit hin und her zu laufen. Pinky, mach mir auch nur noch ein Damage. Oh, der hat mir einen Gold. Komm, in welches Loch bist du reingefallen? Ins erste. Fallen, äh, reingegangen in das erste gleich, oder? Ja, erste. Okay. Also in das erste Corruption-Loch? Ja, genau. Einer könnte auch in das zweite gehen. Nee, wenn wir einen Tunnel bauen und dann, äh, wir brauchen halt nur das Höhenmestgerät. Okay. Ja, stimmt. Und dann können wir von dort aus dann nach links oder rechts. Wir brauchen nur so ein Amboss, ne? Ja, ich hab nicht mal mehr genug Holz für ne Workbench. Mich auch nicht. Ich hab unterwegs gar nichts abgefahren. Ja, dann geh ich mal nochmal zurück und stell das Ding schnell her, ne? Ihr könnt so lange buddeln. Alles klar. Soll ich dir einfach tiefer buddeln oder was soll ich machen? Ja, komm hier. Na, ne, lass hier den Pfad weiter. Okay. Du buddelst rechts, ich mach links. Unter dir. So, wie sieht dieses Ding jetzt aus? Das ist so ein... Tiefenmeter. Tiefenmeter. Ja, so heißt es. Keine Ahnung, wie es aussieht wie so ein... Ich kann es nicht herstellen. Wo soll man das denn herstellen können? An der Workbench oder am Amboss? Ähm. Und was genau brauche ich dafür nochmal? Sag nochmal genau. Mit einem... An einem Tisch? Mit einem Stuhl. Ah, okay. Ich wusste gar nicht, dass man da auch Sachen machen kann. Das ist egal. Ich wusste nur, dass man am Tisch Alchemie machen kann. Also Tränke herstellen und sowas. Wo, zeigt mir das jetzt die Tiefe an? Musst du ausrüsten in... Hab ich. Äh... Accessoire? Ach, ich muss das als das. Ja, als was denn sonst? Stimmt, equipable. Ja... Ja, stimmt. Ich krieg's angezeigt. Perfekt. Dann komm jetzt drüber, ne? Tu ich. Hooray! Ne, aber ich wusste echt nicht, dass man am Tisch mit einem Stuhl das machen kann. Ich fände das viel logischer, wenn man das an einer Workbench gemacht hätte. Äh, ja. Ne, sowas bastelt man einfach nicht. Denk an deinen Atem, Dani. Ich hab ganze Zeit voll. Schwimmen ist schon was Tolles, ne Dani? Ja. Vor allem, wenn man's hat, ne Tom? Ich hab's auch. Echt? Ja, ich hab das am anderen Ende der Welt gefunden. Ach so. Also an dem zweiten. Cool. Da ging's erstmal übelst tief runter ins Meer. Was ich ganz sicher nicht überlebt hätte. Und ganz am Ende, zwei Meter vorm Ende der Welt, ist eine Truhe mit Schwimflossen drin. Äh, wieso hast du das da oben zugebaut? Ähm. Was soll das denn? So, auf welcher Höhe ist das angeblich? Also wir sind schon verdammt tief. Auf welcher Höhe soll's denn sein? Muss ich nochmal nachgucken. Moment. Wir sind hier 420 feet below. Unter dem Meeresspiegel. Ich brauch noch Herzen. Herzen, 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 Herzen. Der Spitzhacke macht mal schon übelst viel Damage. Nicht nach oben schwimmen, ich mach uns hier so ne Luftblase. Ich wär fast gestorben, Mann. Ich komm runter, hier ist ne Luftblase. Ja. Sobald wir die richtige Höhe haben, sobald Daniels rausgefunden hat, Ja, tut mir leid. Du bist so langsam. Schäm dich. Ja, ich weiß. Ah. Aha. 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 Äh. Underground-Steine. So, ich hab's. ... Also hier ist nur angegeben, auf Small Map wie tief. Wie tief ist das. Aber wir sind es, wir sind bei normal. Das bringt uns nicht weiter.